Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, wir waren hier letztes Mal stehen geblieben im guten Vault 81 und... Als ich mir die Welt jenseits des Vaults vorgestellt habe, hatte ich genau an so etwas gedacht. Genau, und wir wollten Curry mitnehmen. Haben wir die auch? Ja, haben wir. Super, ich will nichts. Alles gut, Curry. Madame Curry, wir gehen jetzt hoch. Ja, natürlich gehen wir hoch. Wo sollen wir sonst hingehen? Macht ja gar keinen Sinn, irgendwo anders hinzugehen. Ich guck mal, was ich noch habe. 10 Millimeter. Okay, ich benutze erstmal die 10 Millimeter, vielleicht lieber, um dann zu wechseln. So, und wir, denke ich, machen uns heute auf den Weg. Das ist schön. Ich glaube, wir haben in Vault 81 alles erledigt, den Dungeon und so alles gemacht. Curry mitgenommen. Super Sache, natürlich. Äh, die kann mich zwischendurch ab und zu mal heilen. Das ist nützlich auf jeden Fall. Und ich hoffe, die ist auch in, äh, Combat-Situationen gut. Werden wir sehen. Das, äh, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Es ist verdammt lang her, dass ich Fallout 4 zum letzten Mal gespielt habe. Also, ihr wollt jetzt fast täglich, glaube ich, mit Videos versorgt. Ähm, aber ich habe seit irgendwie zwei Monaten nicht mehr gespielt, weil ich so unfassbar viel im Voraus aufgenommen habe, weil ich so Bock hatte auf das Spiel. Äh, dann hatte ich eine Weile keinen Bock mehr, weil, äh, ganz viele andere tolle Sachen kamen. Und jetzt, äh, habe ich wieder Bock. So, und, äh, das trifft sich auch gut, denn dann, wir sind langsam meine Folgen ausgegangen. Mausos-Rattenkrankheit. Oh. Hä? Achso, right away. Effekt verbergen. Ah, ich habe ein Level ab. Oh. Äh, ich wollte meine, äh, Stärke, glaube ich, verbessern. Ne, warte. Oder das hier? Erst liegen nachher. Na, mache ich erstmal das. Cool. Kann ich mit dem Powerhandschuh noch mehr Schaden machen. Mausos-Rattenkrankheit. Das, äh, nervt mich ja ein bisschen, dass ich die jetzt habe. Aber gut. Ähm. Ah, ja. Okay. Ähm, ich wollte auf die Karte, denn wir müssen jetzt nach Diamond City oder müssen wir woanders hin? Cambridge Pool Mail-Labs. Äh, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich schreiß einfach mal nach Diamond City, wird schon stimmen. Oh. 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 Das Teil sieht aus wie, äh, erinnert ihr euch an den, äh, an die Anfangssequenz und den Trailer von Fallout New Vegas? Das sieht aus wie das Scharfschützengewehr mit dem da der, äh, super coole tödliche Schuss abgefeuert wurde, ne? Mit diesem, äh, Ding davon. Das Baseballspiel willst du dir anschauen. Das ist aber, äh, schon vorbei. Ist jetzt ne Stadt. Äh, ne. Nein, das war Quatsch. Oh, Mann. Ich muss jetzt mal wieder in die Störung reinkommen. Es tut mir ein bisschen leid, aber man muss auch mal, äh, und so, ne? Alter! Das sind aber ganz schön viele, ähm, Sachen. Folge dem Freedom Trail. Äh, ja genau, das will ich jetzt machen. Kehre zur Polizei und sagen, das haben wir. Aha. Ne, okay. Äh, ah ja. Finde Nick Valentin. Machen wir das doch. Äh, hatten wir, ich wusste gar nicht, dass wir die Quest nicht angenommen hatten. Äh, dann gehe ich nochmal zu Swans Teich. Da haben wir den guten, äh, Swan ja ganz schön in den Arsch getreten, kann man sagen. Und, äh, das war super. Hier, es gibt übrigens Baseballgranaten. Kann man mal mitnehmen. Normale Handgranaten natürlich auch. Und Impulskranaten und Plasmagranaten. Und was das andere ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das hier vorne ist eine, äh, Impulsgranate. Das ist natürlich die Baseballgranate, in der Mitte die Handgranate. Und die anderen, weiß ich auch nicht. Die hätten den Molotov-Cocktail dann noch mit zustellen können, weil das ja auch, ähm, so eine Granaten-ähnliche Hufapparatur ist. Die Gunner. Ja, die Gunner, äh, sind so ähnlich wie Raider, nur ein bisschen krasser. Meistens. Nicht so verdrugt. Vertrackt. So, dann gucken wir doch mal jetzt nach Nick Valentin. What, 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 was? Okay. Wir müssen das abgestürzte Flugobjekt untersuchen. Müssen wir das? Ich muss erstmal hier diesen Roboter dafür, dass er mir beim Swan-Kampf so gut geholfen hat in den Arschtreten. Arschloch. Ah, hast du verdient. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören den Deutschen als Beweismittel. Nein, das gehört mir. Ich hab ihn erschlagen. Meins. Ich muss jetzt mal wieder die Hörfe ziehen. Danke. So. Jetzt wird's... Ähm... Schwierig? Na, es geht. Gucken wir mal. Ich fand's, als ich das erste Mal hier reingekommen bin, fand ich's nicht so leicht. Ich dir doch sage, zurück in die Melons Runde zu gehen war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Melon ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulehnen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Klingt nett. Wo seid denn ihr jetzt so? Wo sind denn die? Was steht hier? Ne. Ich weiß, dass hier welche warten auf uns. Ich könnte auch reingehen und die Scheiße ausprügeln. Mann! Habt ihr mich denn entdeckt? Äh... Ich möchte bitte auf deinen Kopf schießen. Puuu! 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 So. Hier, catch this. Ich kann nicht sehen! Brauchst du auch nicht. Ey, bitte leg den Kiefer rein! Leg den um! Hü! 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 Genau, das ist mein Plan. Okay, fein dich. Ich kann nicht nach den Schippsinn aufschauen. Hü! 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 Wie hast du gedacht, dass die Welt ist? Die Welt ist doch kein Pony! Oh, wie ihr so'n Scheiß! Äh, okay. Ja, alles in Ordnung. Ähm, ich ver... Oder? Gut, Glück, Narre. Jagdgewehr. Ich probier mal das Jagdgewehr. Kann doch nicht schief gehen. Ähm, bububububub. So. Ich hab übrigens... Ich hab's jetzt... Äh, ich wollt's mir vor dem Spiel nochmal angucken, aber... Hab's leider nicht gemacht. Ich hab'n sehr nützlichen, äh, Tipp bekommen. Von einem, äh, Zuschauer, der mir gesagt hat, dass ich doch alles mitnehmen soll, was ich finde. Äh, wow, fuck! Ja, gute Idee. Aber, das, äh, mach ich doch immer. Also, zumindest... Jetzt, ich sammle vielleicht nicht alles ein, aber, ähm, das, was ich denke, was ich brauch. Könnt mir ja mal, äh, gerne eine List zusammenstellen von den Sachen, die man halt wirklich am dringendsten braucht. Also, die meisten Sachen weiß ich ja schon hier, wie... Ne, brauch ich nicht. Ähm, wie Kochplatten. Da haben wir schon eine. Und... Äh, Ventilatoren. Ein Terminal. Das ist jetzt eher nicht so interessant. Das gucke ich mir jetzt nicht an. Ich will jetzt hier durch. Warum bin ich hier den Weg gegangen? Das macht keinen Sinn. Kokorken, Patrone. Ah ja, die haben hier so, alle so Maschinenpastolen. Wie meine Aufglut... Auf gut Glück Knarre. Das ist ganz gut, um da die Munition aufzufüllen. Gucken wir doch mal. Eine Waage. Ich glaub, ja, die kann man auch gut, äh, gebrochen. Ah ja, jetzt hier wird's nochmal lustig. Hier wird's nochmal ganz, ganz lustig. Kann ich meine, äh, Powergun nochmal aufladen. Aber das, ich glaub, das bringt mir trotzdem nichts. Weil die Typen trotzdem... Oh, voll daneben. Das war nicht nur ein bisschen, das war richtig voll daneben. Mal, kann ich mit meinem... Nee, okay. Machen wir auf gut Glück. Ja, mit Stil zerfetzen wir den Kollegen. Come on, jetzt. Hier. Hab ich die Kampfgeräusche irgendwie leiser gemacht, oder? Das kommt mir ja alles so leise vor. Was ist nicht empfehlenswert? Curry, ja, die Fresse. Labern während des Kampfes ist nicht empfehlenswert. Hier. Jetzt Schluss. Wo denn? Mann. Wo seid ihr denn? Ich will euch doch nur ein bisschen wegballern. Komm schon. Du willst doch auch. Ich weiß, du willst das. Curry geht mir jetzt schon auf die Nerven. Und sie geht nicht mehr rein. Sie geht nicht mehr ran an die Gegner. Oh, da ist der Kopf abgefallen. Das tut mir leid. Wo ist denn jetzt... Hallo? Entschuldigung. Hallo? Warte. Ja, 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 ja. Die beiden noch da hinten. Die beiden Zwillinge. Bob und Jim. Jim und Bob. Bob und Jim. Okay. Jimmy ist tot. Bobby? Wo ist der kleine Bobby? Da hinten ist er noch. Der kleine Bobby ist auch tot. Oh, 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 oh. Wo ist... Da hinten. Komm, du musst auch noch... Du musst leider sterben. Es tut mir wirklich leicht. Aber wenn du auf mich schießt, dann... Äh... Hast du dir auch selbst das ein bisschen zuzuschreiben. Nö. Mehr ist besser. Mehr Tod. Mehr Loot. Zeig ich immer. Ich entdecke immer irgendwas Interessantes. Kann alles mitnehmen. Was man mitnehmen kann. Hat Curry... Curry, heil mich! Goddammit! Wozu bist du eigentlich da? Äh... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... Tuck! Tchö, Munition für meine Pistole. Für meine Pistole, vor allem... Für meine Maschinenpistole. Hochgejumped. So, was haben wir hier noch? Hier liegt noch der gute... Was ist das? Oh, ne. Das war die Bank, die da gerade... Meine Aufmerksamkeit erregt hat. Komme ich da rein? Ja! Easygoing! Du-du-du-du-du-du! Und? Ah, schade. Come on, jetzt noch ein bisschen drehen. Drehen, 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 drehen. Drehen. Das ist nicht so schwer, es ist nur Einsteiger. Es ist nur Einsteiger. Oh Gott. Vielleicht in der Mitte? Ja, na klar. Warum auch nicht? Äh, wie macht man denn nochmal Licht an? Na ja, Pip-Boy-Button gedrückt halten. Du-bi-du. Ey! Aufpassen. Aufpassen. Ah, ein Tresor. Experte. Nicht für... Ups, für mich. Für mich ist das alles zu einfach. So, come on. Come on, come on, come on. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, fast. Komm schon. Ja, besser. Das wär's. Viel besser. Alter, Sack. Nee. Nein. Ja. Das war die Plasma-Generade übrigens. Äh, ja. Ja, okay. Alles mitnehmen. Nicht alles, aber ein bisschen was hier. Kurzes Impro-Gewehr haben sich hier eine Falle aufgestellt, die Schweine. Furchtbar. So war's. Furchtbar. Ganz, ganz dolle Furchtbar. Find ich nicht gut. Wird von mir nicht geliked auf Facebook. So. Ähm. Ja. Jetzt gehen wir einfach mal weiter, weil hier haben wir jetzt alles größtenteils weggelootet. Falls ich irgendwie vergessen habe hier von euch Jungs, den ich noch nicht gelootet habe. Sorry, aber dann seid ihr halt auch echt unwichtig. Ähm. Ich nehme meine Pistole in die Hand. Gibt's nämlich gleich wieder noch ein Battle. Battle of the Gods. So. Wo sind die? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass hier auch Ghule rumlatschen. Oh, hier ist eine Nuka-Cola-Quantum. Mh, lecker, lecker. Aber, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, hier sind echt nur diese Typen. Die hier rum. Wer ist da? Ich bin da. Hallo? Euer Tod! Hallo? Ja, dann kämpf doch mal mit dem Krieg. Ach, die hat hier mit Laserstrahlen geschossen. Ich habe mich schon gewundert. Die haben doch eigentlich keine Laserwaffen. Die haben doch nur, ähm, Maschinenpistolen. Ich sehe, wie den ganzen Mord übrigens nicht. Sorry! Für mich ist mir zum Werfen. Kiri, geh aus dem Weg, Mann! Okay. Du willst es nicht anlassen? Dann kriegst du jetzt die volle Breitseite auf deinen Arm. Pew! Pew! Okay! Du kannst es doch auch übertreiben. Wo ist denn jetzt die andere, Louis? Louis! Ah, da ist er noch. Hey, Louis! Auf deinen Arm! Pew! 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 Okay, Louis! Louis, ich habe es verstanden. Ganz ruhig bleiben, Louis. Ich möchte dir noch was zeigen. BAM! Power Faust! Power Faust! Power Faust! Power Faust! Power Faust! Yeah? You know my Power Fist, right? Nein! Okay. Verbesserte Aktionspunkte. Hm. Äh, 50. Na gut. Okay. Louis, ne? Da hast du aber auch... Uh, sicher. Klass. Da hast du aber auch ganz schön was eingesteckt. Aber, kein Problem für Louis. Der macht das immer. So, und ich glaube, ich werde demnächst wieder Dogmeet mitnehmen, weil mir... Curry ganz schön auf den Sack geht. Mit ihrem Rumgelabere. Ich bin hier der Laberer. Nicht du, Curry. Was mich... Du hast dich überhaupt nicht mal nützlich gemacht. Nicht mal das. Nicht mal das. Den sollte man sich mal ansehen. Wow. Sherlock. Sherlock Curry. Okay. Machen wir das doch. Was uns Captain Upfield da sagt. Klingt auf jeden Fall sinnvoll. Zack. Button pressing. Boop. Volt 114. Mit blutbeschmierter Powerpost. Gehen wir da rein. Schlag den Volt auf. Aufschlagen. Aufschlagen. Zu lustig gewesen. Ui. Ich brauche nicht auf dich zu warten. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Oh, du stehst da. Hallo. Entschuldigung. Kann ich mal bitte... ...dich wegschlagen? Okay, Entschuldigung. Warum... Zum Teufel... ...lebst du noch? Und dein Partner auch? Mach... ...was auch immer du frisch dich hältst. Ich... Äh... ...nehme mir das einfach. Ich brauche noch mehr Stärke, ...habe ich das Gefühl. Viel mehr Stärke, ...um hier richtig einen wegzuballern ...mit meiner Powerfaust. Was ist das? Gut gehaltenes Zigarettenpack. Ah, ja. Was ist das? Ah, kann man nicht... ...kann man nicht schicken. Gibt es keinen EP für. Brauche ich nicht. Was haben wir hier drinne? Stimpack und aufbereitetes Wasser. Nehme ich. Okay, First Aid ist immer gut, ne? Madame Curie. Müsste das eigentlich auch wissen. Ah ja. Aber, ähm... ...sie hilft mir ja nicht. Was ist das hier? Naja. In diesen Konsolen kann man ja eher selten... ...ebutenpressen. Was ist... ...ah, aufbereitetes Wasser. Okay, sehr gut. Das kann man ja... Neh, mal trinken. Immer mal zwischendurch ein kleines... ...Döstli hat. Aluminiumdose. Nein! Aluminium ist wichtig. Für... ...Dinge. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinge abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Okay. Gut, die Gangster-Tücks haben wir kennengelernt. Oh, ich hab hier mal nichts zu werfen. Wir werden beschossen. Kyrie, ja. Das hast du gut erkannt. Danke für deinen Tipp. Mach dich doch einfach mal das nächste Mal ein bisschen nützlich. Mach irgendwas. Ja? Wär schön. So, was haben wir denn hier schönes? Spätergranaten. Hier, guck mal. Schieß auf Kyrie und nicht auf mich. Ja, aber nicht von dir. Du standst einfach nur da und hast nichts gemacht. Gehst nicht mal in den Kampf rein. Dogmeet wäre reingerannt und hätte die Gegner einfach zerfetzt. Aber du bist los. Du heilst mich nicht mal. Ich hab gerade eine Pistole aufgenommen. Was ein Quatsch. So, 10 Millimeter Pistole. Tschüss. So. Braucht doch kein Mensch. So. So, Kyrie. Scheiß. So, was ist jetzt hier los? Schiebe Tür. Oh. Ah ja, daran erinnere ich mich. I remember, remember. Tiff, äh. Ungebetenes halten. Oder was ist hier los? Schau mal. Jungs, Jungs, Jungs. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich will da nur ein bisschen, äh, spielen. Ähm, ja. Die wollen auch nicht mitspielen. Aua, aua, aua. Ah, da kommt er. Mann, bleib doch mal stehen. Sonst treffe ich dich doch nicht. Mann, nee. Ich will wenigstens da hinten den Typen wegtreiben. Man hätte sich hier auch ein bisschen eleganter durchgleichen können, finde ich. Wenn man denn ein Konz hätte. Oh, 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 du lebst ja noch. Warum lebst du denn noch? Macht doch gar keinen Sinn. Was sind jetzt die anderen? Da ist einer. Hier, fang. Ein Geschenk, nur für dich. Das schenk ich dir. Wo ist denn jetzt? Oh, dann bin ich jetzt doch noch ein legendärer Todesschützer. Der muss doch auch noch erledigt werden. So. Fehlt noch einer. Ah, guck mal. Für den nehmen wir hier mal. Die gute Betty. Betty die Bazooka ist das. So, wo ist er denn jetzt? Ich, äh. Wollte hier erstmal looten, aber nein. Mein Name Kyrie, du bist auch ein bisschen nützlos. Nein, 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 nein. Ist der Todesschütze. Ich hab hier Betty die Bazooka. Alter Schwede, warum ist mein Hälfte denn so lau? Hallo, wo bist du denn? Entschuldigen Sie? Wo sind sie? Herr legendärer Todesschützer. Wo sind sie? Entschuldigung. Ich lute erstmal ihre Freunde, wenn sie nichts ergeben haben. Da ist er noch. Boom! Betty schlägt wieder zu. Oh, scheiße. Oh, shit. Okay. Ich bin weg. Okay. Betty, wir stehen das gemeinsam durch. Ich bin zwar ein legendärer Gegner, aber kein Problem. Der muss nur hier vorkommen und dann baller ich ihm eine richtig fett mit Betty. Komm schon. Komm schon. Na komm jetzt. Oh, du sollst nicht, nicht in Deckung. Da rauskommen. Komm da jetzt raus hier. Ist ja furchtbar mit dir. Okay. Betty, do it! Boom! Okay, das hat nicht gereicht. Aber guter Job, Betty. Guter Job. Gut gemacht. Boom! Betty beendet es. Nice!